Hallo Mandy. Mandy, wir haben eben versäumt, deine Band komplett auf die Bühne zu stellen. Was ist somit passiert? Aus folgendem Grund. Denn da gibt es also einen ganz wichtigen Mann, der hat für dich einen enorm wichtigen Titel geschrieben. Ist das richtig? Der Glenn. Genau, der Glenn. Und der Glenn fehlt uns noch auf der Bühne. Und deswegen ist jetzt die Band von Mandy komplett. Und anschließend kommt gleich sofort der Glenn Solo. Wenn du das gestattest. Aber natürlich, gerne. Dein Titel heißt? Julian. Geschrieben von Glenn. Für Mandy. Musik Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020